Game Keys und Game Cards. MMOGA. Dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom FIFA 15 Karrieremodus mit AC Milan. Wir sind hier direkt in den Transfers und ja, ich hoffe, euch wird es gefallen. Lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Ich zeige euch jetzt mal hier, wen ihr mir vorgeschlagen habt. Einen davon zumindest. Da will ich erstmal gucken, ob wir da was rauskriegen. Wir machen ganz kurz eine Anfrage, schauen, was er uns dann sagt. Dann machen wir da mal Angebote entsprechend. So. 25 Millionen. Okay. Das ist schon sehr viel. Wir gehen nochmal ganz weit runter. 10 Millionen und dann bieten wir erstmal jemand an. Matri. Den wollen sie wahrscheinlich überhaupt nicht haben. Mit 10 Millionen sagen sie, ist auch ein bisschen zu wenig. Aber wir probieren es einfach. Wir probieren es. Ich habe es schon ein bisschen rumgetestet. Irgendwann habe ich das auch dazu gekriegt, dass sie den wechseln wollten und so weiter. Sagen sie erstmal inakzeptabel. Gucken wir gleich. Die Chilio wollen wir überhaupt nicht wechseln. Das geht mal ein bisschen höher. Wir gehen mal auf 13 Millionen. Und Matri. Mal gucken, was sie jetzt dazu sagen oder davon halten. So. Und die Chilio, da können wir direkt sagen, künftig ablehnen, weil das sind Angebote, die wir nicht wollen und auch nicht brauchen. Ups, Sala. So. Und wenn sie wahrscheinlich wieder sagen, nee, den wollen wir nicht verkaufen für den Spieler und den Preis sowieso nicht. Komi, haben wir ein Angebot gekriegt. Ja. Können wir direkt machen. Komm. Was soll der Geiz, ne? So. Na, denken die jetzt so doll drüber nach. Hamstick, wird verpflichtet. Uiuiuiui. Also, Komi haben wir verkauft. Sehr schön. Inakzeptabel. Sind nicht an dem Spieler interessiert. Okay, jetzt machen wir es mal so. Jetzt wechseln wir den Spieler aus. Gegen. Und gucken, was sie dann sagen. Ich hoffe, dass das jetzt funktioniert. Ist nämlich nicht so einfach immer. Weil die verhalten sich manchmal so ein bisschen random. Okay, jetzt akzeptieren sie es. Sehr schön. Jetzt können wir ihnen hier ein Angebot machen. Und sagen, essentielle Stammspieler. Mal gucken, wie er darauf reagiert, ob er es akzeptiert oder nicht. Was? Barca verpflichtet Reus für 61 Millionen. Und er akzeptiert. Super. Super, super, super. Jetzt haben wir schon mal wieder, ähm, wir haben eine Neuverpflichtung und er ist direkt im Sturm eingesetzt. Das finde ich schon mal gut. Sehr, sehr schön. Ähm, Abate, Zapata. Haben wir da auf der Bank. Maxis auch noch. Also, ich gucke nochmal ganz kurz durch, wen wir da alles haben. Ähm, wer halt noch weg muss. So. Unverkäuflich. Ja. Maxis darf auch weg. Mhm, 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 mhm. Darf behalten werden. Pelé, was ist mit dir? Eigentlich würde ich sagen, auf die Transferliste setzen, weil ich weiß nicht, was ich da von dem halten soll. Ähm, Gabriel. Auch nicht. Also, ich muss hier echt ausdenken. Ihr seht oben 39 von 42. Das ist einfach viel zu viel. Ähm, ja. Ja, kann man noch behalten, eventuell. Mhm, 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 mhm. Okay. Wenn wir nochmal nach Wert sortieren. Da sieht man es ja auch schon. Ganz teure Spiele haben wir. Agatze. Sehr schön, dass der 86 hat. Ist mir nicht aufgefallen. Sorry. Das hattet ihr mir noch gesagt. So, hier, äh. Der ist 86. Ist das ein Bug oder so? Keine Ahnung. Angebot für Zaccardo. Nehmen wir an, weil wir nicht brauchen. Wo unbedingt? Ja. Leverkusen, erstes Testspiel. Wollen wir das direkt spielen? Ich weiß nicht. Wir haben so wenig, ähm, so wenig, äh, Neues. Ich würde erst mal sagen, wir simulieren das Spiel, ne? Und da verletzen wir unsere Spieler nachher. Äh. Ja, komm, wir probieren es trotzdem. Ich hoffe nicht, dass wir da irgendwie, äh, Schara würde sonst wen verletzen. Okay. Wir gewinnen 2 zu 0. Keiner hat sich verletzt. Alles bestens. Gut. Okay. Ähm, Angebote wären jetzt schön. Da haben wir wieder einen. Der Saisonleier nicht gesetzt. Ja, ich glaube, den brauchen wir eigentlich auch gar nicht. Hätte ich auch direkt verkaufen können. 56. So, der ist jetzt weg. Aber wir haben wirklich viel zu wenig Angebote. Alex. Ah, das ist natürlich einer unserer besseren Spieler, den wir eigentlich nicht verkaufen möchten. Da muss ich noch ein bisschen zögern und überlegen, und wir da vielleicht einen besseren IV uns holen. Das, äh, könnten wir eigentlich noch mal schauen. Also das nächste Match wäre gegen Barcelona und da wollen wir mal unser Testspiel machen. Äh, ich nehme das. Ich dürfe dann irgendwie in gelb auftreten. So, und, äh, will ich auf Legende spielen. Ich glaube, ich nehme Weltklasse. Oder, ja, ja, ich denke, Weltklasse dürfte hier in Ordnung sein, weil, dass er nicht bei München ist. Falls es doch zu einfach ist, dann wechseln wir danach auf Weltklasse. Mal gucken. So. Okay, Freundschaftsspiel zu Hause. Und, äh, mal gucken, ob ich das Spiel jetzt hier kann. Problem ist, dass ich, äh, die ganze Zeit PS jetzt gespielt habe. Haha, schade. Und jetzt weiß ich nicht mehr, wie man grätscht und, äh, und so weiter. Ah, scheiße, das will ich gar nicht. Okay, ich muss mich ein bisschen wieder orientieren. Okay. Äh, 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 das ist echt sehr schwierig. Und jetzt hier gegen Barcelona auch noch. Sehr schön abgedrängt. Neymar. Wieso? Ach, das ist ja... Hier ist Neymar ja noch. Bei uns, äh, also bei Barcelona und nicht bei Bayern München. Sehr schön. Niang, komm, zieh! Niang. Oh, da kommt Neymar hinterher. Wunderbar. Der Versuch war wert. Aber der Abschluss war halt nicht so sehr toll, ne? So. Wow. Okay. Wow, Niang! Jawohl, Niang! Hihi, hihi! Oh, Mann. Oh, Mann, Niang. Das war schön. Mann, 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 Mann. Wundervoll. Also. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich weiß nicht, wo er herkam und wieso er den Ball da so gekriegt hat. Meine Güte. Okay, Niang macht unser erstes Tor hier im Testspiel. Aber ich bin noch nicht drin in der Steuerung. Das ist immer so doof, wenn man jetzt zwischen zwei verschiedenen Steuerungen hin und her wechselt. Was ist denn dit? Was ist denn dit? Ja. Oh, Honda. Kisuke Honda. Hei, hei, hei! Also, auf jeden Fall starke Aktionen, die wir hier uns leisten. Eventuell Weltklasse vielleicht doch zu einfach. Aber. Ja, dann kriege ich hier einfach auch nur noch aufs Fressbrett oder so. Schön. Ich würde jetzt gerne Vieto nochmal sehen. Oh, Vieto. Super. El Sharabi. Jawohl, Vieto. Hm, da haben wir es echt gut probiert. El Sharabi. Holt sich da die Pille. Ja, er ist jetzt natürlich auf den Außen. Bin eigentlich nicht so der Freund davon. Eigentlich ja lieber hätte ich ihn ja... Das ist immer Dreieck direkt im Sturm, ne? So wie Neymar. Da ist ja das Neymar auch wesentlich besser. So, die Schilio. Unten. Achtung. Sehr schön. Vieto. Habt ihr es gesehen, wie er den angenommen hat? Wunderbar. Sehr, sehr, sehr gut. Okay. Weiter geht's. El Sharabi, der... Fernschuss... Spezialist. Wuhu! Alter Schwede. Alter Schwede. Da gehen die Fans ab. Einmal kurz nach außen gezogen, dann rein. Bam! Und drin ist das Ding. Ah, da kommt er nicht mehr ran. El Sharabi. Okay, also... Okay, also... Weltklasse läuft, ne? Wir müssen ja doch nochmal Legenden testen. Aber ist ja auch nur ein Testmatch, ne? Das dürfen wir natürlich nicht verwechseln. Da spielen die Mannschaften ja anders. Ah, ja, ja. Alter Schwede. Mit El Sharabi haben wir echt einen Stier da im Sturm. Fällt mir richtig gut. Ich weiß gar nicht, wie viele Sterne Weakfoot er hat. Müsste 4 Stars haben, ne? Skills. Sehr gut. Okay. Ah, verdammt. Darf ich mich komplett vertan? Was? Ey! Achtung. Dann haben wir Agatze. Nein, nein, nein. Bleibt dran. Also wir führen hier 2 zu 0 gegen Barcelona. Müssten wir eigentlich Meister werden, ne? Das ist ja auch die Anforderung an uns, dass wir Meister werden. Sehr schön. Sehr gut. Jetzt die Frage. Können wir den da abfeuern? Außennetz. Verdammt. Schade, schade, schade. Hätte ich jetzt gedacht, dass wir den da irgendwie schön reinkriegen. Also ich muss mich mal hier anders hinsetzen gerade. Sorry. Okay, jetzt geht's hier los. Wo geht's hier rum? Wo geht's hier hin? Das können wir reißen. Sehr schön. El-Sharavi. Ah. Chance wieder erstickt. So, ich glaube, ich bin langsam in der Steuerung wieder drin. Das dauert immer so ein bisschen. So eine kleine Umstellungszeit. Ach. Okay, Niang. Ja, läuft in mir ab. Sehr gut gemacht. Sehr gut in der Verteidigung. Erste Halbzeit vorbei. Schön, schön. Ich denke mal, das ist in Ordnung gewesen, ne? Von der Stärke, wie wir hier aufgetreten sind, hätte natürlich eine oder andere Sache besser sein können. Aber irgendwie, ja, sind die Testmatches hier nicht so ganz super spitze. Muss ja mal gucken. Vielleicht dann doch auf Weltklasse, äh, auf Legende gucken. Ist eigentlich Messi nicht mehr hier oder so? Ich hab ihn jetzt gerade nicht gesehen bisher. Oder hab ich ihn einfach übersehen, weil er so klein ist? Sehr schön. Ah, 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 ah. Da krieg ich schon, hab ich schon keine Stimme mehr so schlecht, wie ich mich da anstelle. Und dann muss ich nochmal gucken, dass wir hier den Schwierigkeitsgrad ordentlich nochmal einstellen. Das Testmatch hat uns jetzt gezeigt, dass es selbst gegen Barcelona möglich ist. Schön, Gieto. Ah, meine Güte. Also, das ist zu einfach. Wir müssen mal gucken. Da muss ich ein bisschen experimentieren. Okay, hier gibt's für uns die Ecke. Escharavi schlägt sie. Oh, da stand keiner. Gut. Also, ich seh nur Neymar, aber ich seh jetzt hier auch nicht irgendwie Messi. Vielleicht schont er sich. Vielleicht ist er auch gar nicht mehr da. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Messi den Verein verlässt. Wunderbar. Yang. Das gibt's ja nicht. Wieso schalte ich denn jetzt hier so heftig am Torwart? Ja, dann probieren wir's einfach mal aus der zweiten Reihe. Nee, dann muss ich echt was ein bisschen noch, ähm, fine-tunen. Oder ist es halt am besten auf Legende dann, ne? Da werden die auf jeden Fall noch ein bisschen anders sich anstellen. So, Iniesta kommt rein. Ach, das gibt's ja gar nicht. Jetzt versucht er sich da durchzutanken, der Iniesta. Aber das war ein schwacher Schuss. Ganz schwach. So, Goretzka. Leon Goretzka haben die. Oder wer war das? War das der Goretzka? Durchaus möglich. So, Maxis. Nee, Zapata. Mal rein für Rami. Ja. Minès. Mal reinholen. Ein bisschen mehr Sturmabwechslung brauchen wir hier drin noch, ne? De Jong, Poli, Honda. De Jong ist auch nicht mehr so der jüngste. Goretzka, ja. Hm. Sehr viele junge Talente. Suarez. Ah, Suarez war da. Abseits. Ach, komm. Schade. Ja, Vieto, da müssen wir natürlich noch ein bisschen gucken, dass der ein bisschen besser in Szene gebracht wird. Ich weiß nicht, ob ich mit diesem 4-3-3 leben kann, ob ich das so weiterspielen will. Da ist das echt sehr flügellastig, also sehr stark über die Flügel, über die Außen laufen. Ah, okay, also 4-Star-Skills hat er schon mal. Oh, shit. Oh, shit. Das Spiel, das Testmatch hat es auf jeden Fall gezeigt, wie wir hier uns noch ein bisschen verbessern können. Ähm, ist natürlich klar, dass man nicht jedes Spiel gewinnen oder verlieren kann. Äh, wir gucken einfach mal, ob es da die perfekte Option geben wird. Und dass das halbwegs anspruchsvoll, aber nicht so cheaty ist, ja? Also, dass der Spieler dann nur am rumcheaten und durchgehend am durchpacen ist, das finde ich halt nämlich auch scheiße. Also, wenn das Match nur aus Sturm, 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 Sturm besteht, weiß nicht, da komme ich nicht hinterher, da bin ich zu alt für den Scheiß. Gut. Sehr schön, wie Ness. Ja. Tor. Sehr schön abgelegt. Sehr, sehr, sehr gut. Wunderbar. Da legt er nochmal, zack, rüber die Pille. Nimmt die Nahe Sowjeto und hat echt super Annahme. Also, das habe ich schon lange nicht mehr gesehen beim Stürmer. Wie die, die so, also, heute, oder, weiß ich nicht, vielleicht habe ich es einfach nur noch nicht so krass drauf geachtet. Ähm, ja, das ist hier einfach zu einfach gerade. Das muss noch ein bisschen gefeintunet werden. Das kriege ich aber hin, über die Spiele, dass wir das hier ordentlich und sauber haben. Und man darf natürlich die Testmatches nicht verwechseln, ne? Mit der normalen Liga und besonders nicht mit dem Cup, Champions League oder was auch immer. Ach ne, Marfett tendelt da das Ding. Ja, okay. Nächstes Match wird erstmal Legende sein und dann wird weiter getunt. Komm. Ja, gleich ist vorbei. 88. Minute. Iniesta verliert die Pille. Spielt auf außen. Direkt auf Vieto. Boah! Also, der Schuss ist sehr stark von ihm. Oh, der ist richtig gut. Der hat mir gefallen. Zwar nicht so ganz, ähm, präzise. Alba. Mit Schüssen. Rodi Alba. Ey, Charavi kann gar nicht mehr, sehe ich gerade. Okay. Jo. Gleich ist vorbei. Abgewehrt. Sehr schön. Also Barcelona hat hier, glaube ich, keinen einzigen, oder vielleicht einen Schuss gehabt. Das ist definitiv dann nicht so Sinn und Zweck des Spiels. Aber dafür sind die Testmatches ja da, dass wir uns hier ein bisschen feintunen können. Und ja, super. Dann war's das erstmal. Ich hab's gesehen, das war sehr einseitig. Da muss ich dann gleich gucken. Hat Reus gezogen. Ja, sehr schön. Gut. IV Alex wurde mir angeboten. Da werde ich mir jetzt Gedanken drum machen. Ich sage, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ja, macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.